Der Final, die Woche ist Testwoche und da hat es ganz gewaltig viel ausgescheppert. Die schauen wir uns jetzt an. Brutal starke Leistungen im Deadlift. Einmal der Maxi mit 195 Kilo und die Lara mit krassen 140 Kilo. Megastarke Leistungen, herzlichen Glückwunsch. Schafft gar nicht, alle PRs aufzuzählen, aber hier noch die 160 Kilo von Flo. Und weiter geht's mit Beugen. Hier hat es auch ordentlich PRs gehagelt. Katharina, du Maschine. Mega gut. Die Jenny, die hat eine Power da unten raus. Wir Coaches sind alle mega stolz auf euch und Coach Baiky feiert euch natürlich auch total. Apropos Baiky, was hat es hier eigentlich die Tage noch so vor? Hallo Freunde, ich bin ein bisschen weggefahren mit der Baiky, um in Ruhe meinen neuen Kurs Vita Optima vorzubereiten. Ihr könnt gespannt sein. Während wir bei der Rückfahrt in einen richtigen Hagelschauer gekommen sind, haben sich zwei in der Box zum Open Gym verabredet. Das könntet ihr auch mal machen. Das könntet ihr auch mal machen.